Servus Leute! Wir spielen jetzt ein bisschen Slender Das Spiel des Grauns Neben mir sitzt der Dr. Fabian Genau! Der Dr. Fabian Und er hat schon gewusst Angst Ja, der Fabian ist der Angsthaus Nein, ich hasse Horror-Geld Der eigentlich ist ja Amnesia oder Ja komm, das ist doch schön Und wir versuchen 8 Pages zu sammeln So, man sieht da schon wunderschönes Gras Das sie mit mir mitbelebt Das schon ziemlich unglaublich ist Aber das hier ist auch Aber der Hügel schaut wunderschön aus Wunderschön Und der Mann da drin auf dem Stich Die Bäume So was habe ich doch gerne im Garten Ein bisschen Jungen ein Baum Der hat wahrscheinlich schon Borkenkäfer oder so Hey cool, der Mann Oh, was ist denn das? Ich will nicht Das hat man das gar gesehen Alter, warum wäre das zuerst HD Und dann, hä? No, 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 no Wir kennen mal kein Englisch Gut, was wird, was? Scheiße, wir reden sicherlich Was ist das? So, schauen wir einfach mal Ob wir so viel Zeit wie möglich finden Das ist doch Katze oder was? Oh, wie will ich Jetzt reden einfach weiter Hm, nur noch was auch Wie weit oder nein Das will doch Ja, wir schmatzen immer ein bisschen viel Wenn wir so Spiele spielen Das lenkt uns ein bisschen ab Ja, was Das ist ein Letz Ein Live-Kommentary Ja, leider Das ist leider Da hat man einen Schreik Wo ich nicht noch machen Das ist egal So, tschau Wo das Zähne ist Weil der Freize sicherlich Dieses Menschen zu ficken Ohne, der ist doch ganz mein Name Okay, das ist der Der Nebel, der stört irgendwie von dir Ja, da Wenn der jetzt da gestanden war Ja, ja, schon Ja, schon Das ist das So, warte Ich guck mir gerne so nah am Zaun vorbei Hast du diese Meth? Die hat echt ein Meth Da kommt schon Ja, das ist der Zaun Unsere hässliche Nachbarn wieder mal Ein Wahnsinn Nein Ja, der ist hinter uns Ja, aber das ist da nicht so schlimm Das erinnert mich jetzt gerade an Minecraft Wo ich mir damit zugekommen Aufs Steuerer Aber Wir haben zwar eine Page gefunden Aber das Lenner ist da Ja Und das ist Schauen wir uns mal um Ja, es ist wohl so ganz schlank Eigentlich genau da Jetzt ist er wieder futsch Also Es wurde Ja, das Schlimme ist ja Ja, der das auftaucht Ja, wenn auch einmal irgendwo irgendwo steht jetzt 2 Mal, der steht hinter dir Ja, aber sobald du 3 oder so Pages gefunden hast Oh, das stelle Also, ich finde es schon mal Komisch an, oder? Schau dir nicht 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 Eddie Schau dir nicht das ist eigentlich die beste Taktik, ans Länder immer hinter sich zu lassen und zwar immer in eine Richtung, wenn da kein Sanker ja, scheiße, aber so war die beste Taktik, alle 8 Pages zu sammeln Fabi, hast du Angst? nein, weil jetzt hinter uns ist das Auftrauchen wäre das Problem ja, ich werde das einzige probieren, wir haben ja schon EF das gespielt und jetzt haben wir ja so viel Angst was ist das? war mir ja vielleicht naja ja, wo geh jetzt denn da hin? aber ins Haus gehen wir sicherlich nicht also wenn da... nein, nein weil ich dich da hätte nie selbst nirgst ja oh, da ist ja schon da hin, so ein kleiner Kradler der hat sich verdient zu tun ja, das schlimme ist ja, wenn du alle Pages sammelst, dann wird der immer schneller und holt die da ja, der Telepolizei... ja, der geht immer so schritte ich glaube, meine tauschen noch, wir gehen jetzt klar also jetzt was bei der Energiesparen 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 Kärnkraft, ja bitte so, gerne ja, ehrlich, also ich muss jetzt auch mal was sagen, auch wenn sie zu dem spüren passt bis zu lang Menschheit du keine Energie holt, die wohl genauso viel wie eine Kärnkraft wird, so soll sagt Felix, die Kärnkraft wird geweihterlaufverlust ja, finde ich ja genau so, sehr gute Einfallen passend zu einem Horror-Game ja oder Amnesia, tschüssig voll mal an, wo er sein das ist nicht Amnesia, tschüssig keine Ahnung wo ist dann schon wieder der Kärnkraft, unser Freund, die Kackwurst ja, das ist bestimmt ja, das mag ich auch mal nicht, wenn die Taschenloppen dann mit der Zeit in der Giefel schieben ja, das ist ja auch scheiße jetzt ist ja wieder abgehört der Krabler ja, wo ist der jetzt jetzt kommt er gleich von woher ich mich auf immer von woher ich mich auf wenn man dann immer wieder sieht, dann ist das schon ein bisschen scheiße ehrlich gesagt, hab ich keine Ahnung, wo ich gehe wie ja, die Welt jetzt spielen so wow, eine Würde wow, du bist doch der Experte was 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 immer an der Reine keine Ahnung, die Wurst nicht wie ja die Wurst nicht wir wissen nicht, wir haben wir eine Ehre, unsere本ende ein Zeugnetz, echtes wow, aber auch ja, keine Ahnung er ist wenn es ein Sack-Kass ist, dann ist das das kannst du ja, das kannst du mir aber nicht so oft zockt weil nicht mehr das sag ich vorher, wie es passiert Naja also es wird da muss Gästen dort sein wir wissen nicht und sie wird durch die Wende wahrscheinlich wortel zu werden und die der Kinder sein also die Lieblingsdienste es geht nebenbei der Kommission die Däden der Jungen da wenn er mit dem über uns ansprungen selbst übernehmen die lösung den Popo das Kursow ich hab den Führer von wo es ist heute zu tun das Paradies die Führung sind war auch die Grund ja es gibt das Projekt der Säure es gibt es dann auch gerade bewegt sich immer ein bisschen schneller, der schlender ist nicht voll da gehen wir jetzt nicht rein wie noch gehen wir zum schluss rein da müssen wir schauen, dass es nicht zu lang wird, sonst dauert es wirklich hochzumachen unser scheiß Internet das ist kein Problem wenn wir das dann im Fall nicht haben die Sturm durch das Rennen wird ja los die Trafik fällt ziemlich schlecht wenn wir jetzt da können aber die, nein, außen, da packt das nicht das ist schon innen drin ich hab bloß irgendwie Angst, dass das... nein, der kommt von da nein, Alter, scheiße der, der ist gar nichts zu tun mit es nicht auch wenn es gut ist und es ist nicht mehr der Scheiß, das heißt, nein Wienern zum Schluss jetzt auch mal erst bei der Oben wo es wird, aber wenn ins Lender vom Traum werden wir sind, aber es ist ein das ist ein Mädel, ganz einfach und wo ich geht und ah, da ist er Pages ja, ich bin der einzige Peter, wo Englisch kauft und so, 3 Pages jetzt nicht schlecht, war mein größter Rekord bis jetzt ich schaff's nicht mehr was 2 1 wo ist er, oder? also, ich hab gut wieso halt das so dumm hier? du kriegst ja auch weg so, die Musik ist aber so scheiße ja also, die Grafik ist ja schon sehr aufwendig muss man schon sagen, die Beulen schauen alle nicht gleich aus das ist groß die haben schon fast gleich aus ganz äh ok ist da kein Schwastig naja also das Grafik finde ich ein bisschen unlobisch dass sie das arme links aber trotzdem, für das das jetzt sind wir schon wieder da für das das kostenlos ist und nicht so schwarz zum downloaden ist wie Leitnerhaus naja wobei Leitnerhaus also ich glaub das ist schon geil einfach Freude das ist so schlafen ein bisschen schauen wir mal die Sterne an gehen wir uns orientieren genau ja so der Nibel den hätten wir vielleicht auch schulden aber das ist natürliches Lender natürlich nein nein das finde ich auch unlobisch dass da vorne in den Wald ganz Nein jetzt bin ich da stecken irgendwie das ist eine sehr gute Idee schnell zu sterben na aber du wenn es uns nah an ihm uniges geliefert da weiter rüber weil der einen Tegler hat der wo sie überhaupt noch logisch wird warum es ist der zehnmal schnell laufen warum tötet er durch einen Blick ja genau das ist so ein übernatürlicher Wetter ja scheiße jetzt Minecraft schon wieder zauern ja das könnte das ganz stylisch ja das macht Spaß sagt man das so wieder ja 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 das könnte man uns ein paar Tipps geben wenn man am besten überlebt aber runtergraben und überleben ist schon die beste du rennst genau oder das wäre das möchte ich dann machen wenn wir einen Blutsch geben ja das ist scheiße dass du ermäldet bist was das ist blöd dass du ermäldet bist also wenn das Lampen ausgeht haben wir verschissen ja dann sehen wir unsere das war ein zu dem am 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 an Ich trau mich jetzt nicht auf, Alter. Man hat's vielleicht jetzt gerade gehört, dass ich... Das hat sich... Ja, wenigstens hast du es wirklich gegen die Wand geworfen, weil bei einem scheiß Black Ops zu, du wirfst dein Maul nochmal gegen gegen die Wand. Ja, mein Headset. Ja, oder das Headset. Ja, das... Ja, doch. Wie ist es? Ich weiß nicht schon, da war eine Mini-Map, aber... Wenn wir uns alle bespüren, haben wir nicht so viel. Ich lauf jetzt lieber ein bisschen öfter, also... Mit Lampen, mit Lampen. Ja, dann seh ich nix. Abonetten. Ja, sein Gesicht. Ihr müsst nix sehen, aber ich seh nix. Aber sein leuchtendes, eifriges Gesicht. Ist der Hund dran? Nein, eben nicht. Nein! Jetzt ist der Sound. Alter, wir reden nur irgendwie im Kreis. Ja. Jetzt gehen wir gleich rauf, oder? Wenn scheißt... Aber was mich jetzt auch interessiert, ne? Ob... Ich mach frisch eine Möglichkeit mit Hilfe. Fortschritten. Ist das bekannt? Ist das bekannt? Ist das bekannt? Jetzt kann's überlaufen, so. Ja, mein... Das ist halt auch in kleinen Prozessen. 5 Uhr nachts. 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 Endlich. Was da jetzt zufällig nicht ist. Heute bringen wir dann auch noch ein Terraria Video raus. Damit wir auch viele Videos rausbringen. Ist klar. Vielleicht bauen wir auch mal Let's Play Ponyhof. Nein, natürlich nicht. So was war echt mal geil. Aber das kriegt man leider nicht geschenkt. Ich bin wieder krank mit seinem Let's Play. Müll ab Fuß Simulator. Ja krank. So was macht schon Spaß. Da wollt ihr nicht mehr 30 Euro dafür ausgehen. Ist ja unverschämt. Let's Play die Siedler. Oder die Stämme ja gleich. Die Stämme? Da glaube ich müsste eine Page sein. Wahrscheinlich schaffen wir es jetzt ernsthaft alle 8 Pages. Mehr als 4 noch. Der Rekordklappe war bei uns bei 6 oder 4. Bei mir waren wir bei 3. Wir waren bei 3. Wir sind bei 4. Gut. Das erste Mal. Ja. Aber wir kriegen jetzt immer so aus, wo das Land ist. Und wo da ist. Ah! Wo? Das war jetzt echt unfair. 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 Das ist ja geil. Ja weil es. Adrenalin hat, Alter. Jetzt, jetzt macht es mir ein bisschen mehr Spaß. Nur macht es mir mehr Spaß mehr, Alter. Wenn wir ein Pistole hätten. Oder irgendwie sowas. Na komm. Wenn ich jetzt unterhalb, dann reißt es mir sowas. Irgendwas unterhalb. Und gleich die Flasche vor uns. Da wo sie jetzt hier drauf ist. Wann müssen die eigentlich mal nicht holen. Die lächelt uns blöd an. Ja weil ich nicht schon rumhau wie du. Ja komm. Wenn du da hast, da du sitzt. Ja okay das stimmt. Schlaufe ich runter. Ich gehe einmal in Gelb und sehe. Ja da können wir nicht. Nein. Nein die sind gut. Nein die sind auch gut. Nein die auch empfehlen. GtX. 600. 60. Prozessös eigentlich. Es braucht eigentlich nicht immer so eine 680er für 500 Euro. Weil die eigentlich nicht die doppelte Leistung hat. In der Poliole hat es vielleicht empfehlen können. Nicht jetzt. Es ist einfach zu viel Geld. Sie haben eine Schuhe. Ja und Lampen. Ja so ein Akkustand wäre jetzt schon schlecht. Ja das weiß ich. Eine schlimmes Wetter gar nicht mehr. Die sehen ganz aus. Und Schuppen muss entdecken und das geht nicht mehr nicht mehr. Genau die Taschenlampen. Mit der Taschenlampen. Nein die. Ja die. Nein die. Nein die. Die die Taschenlampen mehr. Noch ganz schön ne. Die die zu einschwerden. Die schlaufe. Die die das. Die 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 das. Die 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 sie nicht. Die 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 dahinteren sind. das ist es nicht um wir haben nämlich echt keine Lust weil dann reist es wieso wir gehen lieber mal weg von unserer kommentierflasche und dann reistet man ganz schnell um NEIN da gehen wir nicht, Alter, da werden wir soll ich durchgehen? das ist auch nicht so ins Haus, Alter, wenn wir rein gehen dann schlag ich durch und bitte schon durch das ist so viel süßes eigentlich keine Ahnung nein, jetzt ist unser Haus nein, Alter was für ein Scheiße in der Page jetzt ist alles ja, sorry Freunde wir hätten es fast geschafft 5 Pages hier ach komm Click to continue also ich hoffe es hat euch gefallen wenn ja, Daumen hoch vielleicht ein Abo, war nicht scheiße scheiße, war nicht schlecht was das scheißdeutsch der Bayerische ist geiler ja gut viel Spaß noch bei euren Beschäftigungen und Servus genau, Wiederschauen wir haben wir haben wir haben Vielen Dank.